Wir machen jetzt das C bei unserem Zeichen-ABC und zwar wird es das Corona-Virus. Die Skizze kommt jetzt so leicht weg und dann machen wir uns hier diese Dreiecke. Jetzt machen wir so ein dunklerer Rot, diese kleinen Atome, glaube ich, deutlich. Eigentlich dachte ich mir so, nee, ich mache jetzt nicht Corona, weil wir schon genug davon haben. Aber dann dachte ich mir so, nee, lass machen, weil ihr keine besseren Ideen hattet. Dann gehen wir nochmal hier überall drüber. Also ich hatte schon mal Corona und ich muss sagen, es ist wie eine normale Grippe. Jetzt machen wir jetzt nochmal diese Kreise. Dann machen wir noch orschliche Atome und jetzt machen wir den Rest grau. Und bin ich der Einzige, der diese Corona-Tests so nervig findet. Man steckt sich so ein Teil in die Nase, um das in einen Test reinzumachen, nur dann unter zwei Striche kommen, also wenn man gleich wieder in den Müll immer schmeißt. Und es schadet ja nicht, deswegen kann man es ja machen. Jetzt muss ich wieder jeden einzelnen Atom machen. Den Hintergrund mache ich jetzt Chromoxid-Grün-Stumpf, wegen dem C. Schreibt in die Kommentare, ob ihr geimpft, genesen oder gerade Corona habt. Ich denke mal, die meisten sind geimpft. Das ist das Corona-Virus und schreibt in die Kommentare, was ich bei D machen soll. Donc, doch. Hey.